Ein Zählsprengel ist in der amtlichen österreichischen Statistik das kleinste Gebiet, für das statistische Daten gesondert erhoben werden. Zählsprengel werden von der Statistik Austria verwaltet. Übergeordnet ist der Zählbezirk nur Wien als Bundeslandbezirk, Gemeinde und Statutastat gleichzeitig ein Sonderfall, ist nach Zählgebiet gegliedert allgemeines. Zählsprengel sind Teilflächen einer Gemeinde. Gemeinden, die in Zählsprengel eingeteilt sind, heißen Zählsprengelgemeinden. Gemeinden, die nicht in Zählsprengel eingeteilt sind, kann man auch als aus einem einzelnen Zählsprengel bestehend betrachten. Zählsprengel sind mit den Ortschaften auch die kleinsten Einheiten, für welche die Ergebnisse von Volkszählungen und anderen Zählungen über die Zahl der Gebäude, Wohnungen, Haushalte, Wohnbevölkerung und so weiter, standardmäßig zur Verfügung stehen. Liegen in einem Sprengel mehrere Ortschaften, sind diese die kleinsten, ist eine Ortschaft in mehrere Sprengel untergliedert. Sind die Sprengel die kleinste Einheit? Zählsprengel sind keine Verwaltungseinheiten oder Zuständigkeitsgebiete von Behörden, sondern der amtlichen Statistik. Sie können sich nach Bedarfe der Zählungen und deren Auswertungen nach den Vorgaben der amtlichen Statistik ändern. Bei Änderungen wird jedoch Wert darauf gelegt, dass die Zählungsergebnisse vergleichbar bleiben. Das Wort Sprengel stammt aus der Verwaltungssprache. Es bedeutete ursprünglich den Amtsbezirk eines Geistlichen, eigentlich den Bereich, welcher von seinem Weihwassersprenger erreichbar war. Das Wort wurde in weiterer Folge im Sprachgebrauch österreichischer Behörden für die Bezeichnung eines kleineren Gebietes als Gegenstand der Verwaltung verwendet. Bildung von Zählsprengeln Zählsprengel haben den Zweck, vergleichbare Erhebungs- und Auswertungseinheiten zu schaffen. Derzeit sind alle Gemeinden mit voraussichtlich mehr als 2000 Einwohnern in Zählsprengel gegliedert, deren durchschnittliche Einwohnerzahl bei 1000 Personen liegt. Unter Berücksichtigung dieses statistischen Kriteriums werden jene Gebiete als Zählsprengel bestimmt, die nach ihrer Struktur, Entwicklung und Funktion möglichst homogen sind. In Städten werden beispielsweise als Zählsprengel geführt. Zentren, Wohngebiete, verschiedenen Baualters- und Bebauungstyps, industriell-gewerbliche Gebiete, landwirtschaftliche Randgebiete, charakteristische Mengungsgebiete bzw. Gebiete nach ihrer verkehrsmäßigen oder topografischen Lage. Das kann dazu führen, dass einzelne Wohnblocks oder Wohnhausanlagen eigene Zählsprengel bilden, wenn sie sich von der umliegenden Siedlungsstruktur deutlich abheben. Beispiele dafür sind der im Beispiel unten angeführte Wohnblock und die Wohnhausanlage. Sie befinden sich in Siedlungsgebieten, die ansonsten weitgehend Einfamilienhäuser mit Gärten umfassen. In ländlichen Räumen werden als Zählsprengel geführt. Dichter verbaute Zentralsprengel und locker verbaute Umgebungssprengel oder, wenn nur eine geschlossen verbaute Siedlung vorhanden ist. Der alte Ortskern und die übrigen Teile einer Siedlung. Gemeinden mit homogener Siedlungsstruktur wurden an geeigneten Linien wie Eisenbahnen, Straßen, Wegen, Flüssen oder Katastralgemeindegrenzen unterteilt. Zählsprengel können mit Katastralgemeinden oder den früheren Konskriptionsgemeinden übereinstimmen. Zählsprengelgrenzen können historische Grenzen sein, müssen das aber nicht. Zählsprengel sind zwar arbeitstechnisch nicht, aber flächenmäßig die Nachfolger der früheren Konskriptionsgemeinden. Um die Entwicklung von Gemeinden, die später aufgelöst oder zusammengelegt wurden, über längere Zeiträume hinweg darstellbar zu lassen, werden alle 1961 oder später noch selbstständig gewesenen Gemeinden als Zählsprengel dieser größeren Gemeinden ausgewiesen. Sinngemäß gilt das auch für größere Grenzänderungen. Auf die Einwohnerzahl wird in diesen Fällen nicht Rücksicht genommen. Gemeinden, die aufgrund von Gemeindezusammenlegungen, die vor 1961 stattgefunden haben, nicht mehr existieren, sind aus den Zählsprengeln nicht mehr allgemein nachverfolgbar. Das gilt insbesondere für das Gebiet von Wien und dessen frühere Randgemeinden wie Liesing, Rodaun, Kalksburg, Siebenhirten, Ackersdorf und so weiter, die nun Teile des 23. Wiener Gemeindebezirks sind. Zählsprengel haben sehr unterschiedliche Größen. Sie können ein Hektar, aber auch hunderte und bei kleineren Gemeinden tausende Hektar umfassen. Dazu als Beispiel die Zählsprengel der Gemeinde Pechtollsdorf südlich von Wien, Bezeichnung von Zählsprengeln. Die Zählsprengel Wiens werden als Zählgebiete bezeichnet. Jeder Zählsprengel wird durch eine achtstellige Nummer beschrieben, wobei die ersten fünf Stellen die Gemeindekennziffer darstellt. Die sechste und siebente für den Zählbezirk und die achte für den Zählsprengel. Der erste Zählsprengel einer Gemeinde wird im Allgemeinen an den drei letzten Stellen mit 0, 0, 0 bezeichnet. Eine Gemeinde oder Ortschaft, die sich auf mehrere Sprengel verteilt, wird mit X bezeichnet. Beispiel Pölfing ZSP 001 Zählsprengelübersicht Pölfing Brunjagernig 60323 001 Eine Namensbezeichnung der Zählsprengel ist nicht allgemein erfolgt. Zählsprengel in Wien und anderen Städten werden nur durch ihre Nummern bezeichnet. Wo es systematische Zählbezirke gibt, sind meist nur diese benannt. Mehrere Zählsprengel Zählbezirk Ein Zählbezirk kann einen oder mehrere Zählsprengel umfassen. Zählbezirke dienen dazu, ähnliche Zählsprengel, zum Beispiel in gemeindeinternen Verwaltungseinheiten, Gemeindebezirken oder gebräuchliche Untergliederungen zusammenzufassen, sie müssen nicht mehr geschlossenes Siedlungsgebiet bilden. Man kann drei Gruppen von Zählbezirken unterscheiden. Mit den Gemeinden identische Zählbezirke, wenn diese in maximal zehn Zählsprengel untergliedert sind. Hilfseinheiten bei der Bezifferung solcher Gemeinden, die durch Gebietsänderung entstanden sind und mehr als zehn Zählsprengel ausweisen. Wobei sich diese strukturell aber nicht unterscheiden. Echte Zählbezirke, die sich durch Struktur und Funktion voneinander abheben, d. h. ähnlich strukturierte Zählsprengel zusammenfassen oder die gemeindeinterne Verwaltungseinheiten darstellen bzw. gebräuchliche und fallweise schematische Untergliederungen von Gemeinden repräsentieren. Beispiel Innere Stadt West Zählbezirk 70101-103 Zählsprengel 70101-030-70101-033 Insgesamt hat die Stadt Utastadt Innsbruck dann 177 Zählsprengel, die sich in 42 Zählbezirke gruppieren, wobei die Gruppen der Gliederung der Stadt selbst und der eingemeindeten Ortschaften entspricht. Zum Beispiel vier Zählbezirke für den Stadtteil Arzell mit 16 Sprengeln, einer für das Dorf will mit nur einem Sprengel. Punkt Veröffentlichung von Zählsprengeln Im Grenzkataster nach dem Vermessungsgesetz sind die Zählsprengel entsprechend der Mitteilung der Statistik Austria wiederzugeben. Grenzkatastereintragungen sind über die geografischen Informationssysteme GIS der österreichischen Bundesländer zugänglich. Ergebnisse der Zählungen auf der Ebene der Zählsprengel werden in den Ortverzeichnissen der Statistik Austria veröffentlicht. Zählsprengellisten sind auch im Internet zugänglich. Verwendung von Zählsprengeln An die Zählsprengel der amtlichen Statistik knüpfen andere Zählungen an. So zum Beispiel die Versorgungsplanung für elektrische Energie nach der Elektrizitätsstatistikverordnung. Versorgungsgebiete im Sinne dieser Verordnung sind Städtische Versorgungsgebiete Zählsprengel mit einer Wohnbevölkerung von mehr als 1.000 Einwohnern je Quadratkilometer Dauersiedlungsraum. Ländliche Versorgungsgebiete Zählsprengel mit einer Wohnbevölkerung von höchstens 1.000 Einwohnern je Quadratkilometer Dauersiedlungsraum. Zählsprengel sind keine Wahlsprengel. Zählsprengel und Wahlsprengel haben nichts miteinander zu tun. Sie können, müssen aber nicht deckungsgleich sein. Die Einteilung der Wahlsprengel richtet sich nach Kapazitäts- und Erreichbarkeitskriterien. Sie werden so eingerichtet, dass beispielsweise am Wahltag in einem Wahlsprengel etwa 70 Wähler in der Stunde ihre Stimme abgeben können oder ein Wahllokal in vertretbarer Zeit erreichbar ist. Die Einteilung der Wahlsprengel mit einer Wohnbevölkerung von höchstens 1.000 Einwohnern je Quadratmeter Dauersiedlungsraum. Die Einteilung der Wahlsprengel mit einer Wohnbevölkerung von höchstens 1.000 Einwohnern je Quadratmeter Dauersiedlungsraum.